Hey Leute, ich bin's wieder, der lustige Mann aus dem Internet. Worum's heute geht? Na, da fragen wir doch mal die Kommentare. Heute reden wir über die McDonalds-Werbung mit der gedankenlesenden Kassiererin. Ernsthaft? Heute lasst ihr es gerade mal so durchgehen, aber nur weil mein Herz auch durchschnittlich schnell gegen meine Rippen drückt. Mir geht's gut. Das liegt aber nur daran, dass ich länger keine Werbung mehr sehen musste. Wenn ihr also noch mehr Vorschläge habt, schreibt sie mir, aber lebt damit, dass mein Ruhepolz dann auch ist. Wenn ihr mehr Werbung in die Ecke gemüllt sehen wollt, dann abonniert den Krempel und schaut euch die Ruhepolz-Playlist an. Und die ist geil. Eins meiner Lieblingsvideos ist das über die McDonalds-ASMR-Werbung. Ihr merkt also, wir haben schon ein paar Mal über die Fastfood-Kette in diesem Format geredet. Als letztes über die Anti-Plastik-Werbung und heute eben über die Gedankenleserin. Also haltet euch fest, trinkt höchstens aus einer Schnabeltasse und genießt die Show. Es wird magisch. Ich muss übrigens andere Musik benutzen, weil die Gamer McDonalds mag, aber mich nicht. Okay, es wird also wieder so eine Nummer, wo ich mich die ganze Zeit fragen werde, worum es eigentlich geht. Juhu! Die Werbung wurde mit dem Namen So schmeckt nur McDonalds! Hochgeladen. Und der erste Shot zeigt unsere zwei Turtel-Toppchen beim Techtelmechtel in der Straßenbahn. Und ich frag mich, schmeckt McDonalds jetzt nach Nahverkehr? Ich meine, man kann ja über Fastfood sagen, was man will, aber so schlimm schmeckt ein Big Mac nicht. Und ich würd bestimmt nicht an der Straßenbahn lecken. Die riechen schon komisch. Und der gute Jürgen packt seinen Kumpel und zieht ihn samt plus eins aus dem Wagen. Aber Jürgen sieht gar nicht so aus wie jemand, der andere Menschen mit einem Arm durch die Gegend ziehen kann. Ich glaube, man muss hier höchstens Angst haben, dass der graue Pulli eine Bügelfalde kriegt, wenn er da so zupackt. Aber ernsthaft, Jürgen scheint ein guter Freund zu sein, der darauf achtet, dass die ganze Gang auch aussteigt. Aber gleichzeitig ist er halt auch in meiner Gewichtsklasse und verliert gegen eine Mücke beim Boxen. Jürgen, I feel you. Aber bitte, bitte macht den Mund zu, wenn ihr Selfies macht. Da können Leute die dumme Dinge rein Photoshoppen, wie zum Beispiel einen richtig fetten, großen Schuhkarton. His name is Jürgen. And welcome to Jackass. Der arme Jürgen ist übrigens das fünfte Rad am Wagen. Unsere zwei Turtel-Täubchen sind nämlich vor allem mit sich beschäftigt und auch die zwei Damen sind nur unter sich. Jürgen, es tut mir leid, okay? Du bist heute das Reserverad im Kofferraum. Aber wenigstens bist du nicht der Verbandskasten oder das Warndreieck. Der Typ mit der roten Jacke gehört übrigens nicht zur Clique. Ich hab nachgeguckt. Und vielleicht ist er einfach random passant durchs Bild gelaufen. Jürgen hätte einen Freund haben können. Aber McDonalds hat gesagt, nein. Jürgen, du bist heute traurig. Jürgen steht also vor der schier unendlichen McDonalds-Auswahl und die Dame schickt ihm telepathische Nachrichten. Können Kassierer bei McDonalds meine Gedanken lesen? Das wäre schrecklich. Ich denke mir nämlich meistens, warum bin ich hier? Es ist nicht geil, ungesund und zu teuer. Oder sowas wie, wo ist die Toilette? Aber wenn man sich mal die Augäpfel der Magierin genauer ansieht und verfolgt, wohin sie schaut, wird klar, dass sie Jürgen nicht mehr ansieht. Die Gurt ist einfach aus dem Frame raus und nicht mal unseren Wagenheber an. Was soll das denn? Vielleicht muss man aber auch kein Gedankenleser sein, um zu verstehen, dass fünf Freunde, die morgens besoffen zu McDonalds latschen, eine gute Zeit hatten. Vielleicht kann man das sogar schon riechen. Und der gute Jürgen. Ja, der sieht irgendwie mittlerweile schon ein bisschen stoned aus. Stoned bei McDonalds? Hm? Ich bin ja kein Profi in Gebärdensprache. Ich bin ja schon froh, dass ich unser Alphabet lesen kann. Aber ich bin mir vor dem Herrn Gott persönlich sicher, dass das nicht bedeutet. Für mich ohne Gurken, bitte. Und wenn es das bedeutet, muss man dabei immer mit seiner Freundin rummachen. Stellt euch vor, die ist gerade nicht da. Wie sagt ihr das dann? Dann könnt ihr bei McDonalds nicht bestellen. Und ist das gleichzeitig eine Aussage über die eigene Sexualität? Ich meine, ich fände es okay, wenn er Gurken will. Aber ich verstehe nicht, warum man gerade diese Szene für diese Aussage benutzt. Liebes McDonalds-Werbeteam, wir sind hier im Internet. Gebt den Trollen keine Burger ohne Gurken. Die Kassiererin denkt ja auch nur, klar, ich verstehe total, was die für ein Fragezeichen, die gerade von mir wollen. Jürgens Oh Yes, finde ich ja noch eindeutig. Da kann man sogar ein neues Meme-Format draus machen. Bock auf den neuen Teil von Zelda? Oh Yes. Sie sind müde, brauchen einen Kaffee. Das verstehe ich. Aber was ist mit Jürgen los? Der Junge sieht aus, als hätte er gerade eine atemberaumende Erkenntnis gemacht. Vielleicht hat er gerade ausgerechnet, dass das Kleingeld in seiner Hose noch für einen Cheeseburger reicht. Oder sie hat ihm telepathisch erklärt, wie er seine Steuererklärung machen muss. Oder er war wirklich auf der Weide grasen. Leute, beachtet die Sitzreihenfolge. Beate und Uwe sitzen nebeneinander, aber Jürgen hat sich in die Mitte von Victoria und Secret gequetscht. Das ist seine Chance zu socialisen. Los Jürgen, du kannst alles schaffen. Jürgen, ich bin so stolz auf dich. So kriegst du schnell mehr Leute für deine Trader-WhatsApp-Gruppe begeistert. Zusammen könnt ihr 20.000 Euro in einer Woche machen und euch ein Cayman-S gönnen. Ach, sie ist also vergeben. Entschuldigung, wen interessiert das? Jürgen hat doch gar nichts gefragt. Vielleicht wollte er wirklich nur seine Börsengeheimnisse mit der Menschheit teilen, Motivationscoach werden oder neue Gäste für seinen Podcast über Tiere akquirieren. Nicht jeder will gleich heiraten, okay, Fräulein? Aber auch nicht jeder gehört in ne gute WhatsApp-Gruppe, wo man Alternativvideos teilt. Und du bist kein Teil davon! Worüber haben die beiden gerade stumm geredet? Vielleicht wollte Jürgen ja nur mal kurz ein paar freundschaftliche Komplimente über ihre Locken locker machen und nicht direkt um sein Leben flirten. Oder er wollte nur ein Schluck Cola. Oder dass du endlich dein dummes Smartphone runterlegst und anfängst, statt die ganze Zeit auf dem Bildschirm auch mal auf deine Gang zu glotzen. Die Familie braucht dich. Dann wiederum, vielleicht ist sie ja gerade in ner WhatsApp-Gruppe und kriegt neue Tipps, wie man einfach und schnell super reich wird. Oder sie googelt Alternativ. In dem Fall weitermachen, ich bin stolz. Oder sie war einfach nur ne schlechte Freundin bei McDonalds. Jetzt mal ehrlich. Jürgen ist hier der einzig Normale. Die zwei drehen fast ein Bumsfilmchen in der S-Bahn, die anderen schlafen bei McDonalds an und die Kassierer denken, sie könnten über ihre Geisteskraft mit Menschen reden. Wenn irgendwann bei McDonalds jemand auf mich zukommt und mir mal ne Bestellung gibt, ohne dass ich sie irgendwo aufgegeben habe, prelle ich die Zeche hörbar schneller, als die Fastfood denken können. Und was genau liebt ihr? Dass die Menschen nicht mehr miteinander reden!